In den nächsten zwei Videos geht es um ein Hilfsmittel für die Programmierung, jetzt nicht nur speziell beim Arduino. Bisher waren unsere Programme sehr gradlinig und einfach, weshalb wir sofort den Programmcode aufschreiben konnten. Bei komplizierteren Zusammenhängen ist es manchmal besser, sich erstmal einen Programmablaufplan zu zeichnen. Die einzelnen Schritte stellt man mit diesen Symbolen dar. Ein Programm beginnt und endet normalerweise mit einer Start- und Stopp-Anweisung. Daten müssen ein- und ausgegeben und dann irgendwie verarbeitet werden. Und was es kompliziert macht, sind die Programmverzweigungen. So sieht die einfachste Form eines Programms aus. Speziell beim Arduino läuft unser Programm am Ende immer wieder in einer Schleife. Ich habe mir ein Beispiel ausgedacht, an dem vielleicht sichtbar wird, dass es vielleicht besser ist, sich vorher den Programmablauf bewusst zu machen. Die Schaltung besteht aus drei Tastern und drei LEDs, Rot, Grün und Gelb. Wenn keine Taste gedrückt ist, soll auch keine LED leuchten. Ist Taste 1 gedrückt, leuchtet Rot, bei Taste 2 Grün und bei Taste 3 Rot und Grün. Werden Taste 1 und 2 zusammengedrückt, leuchtet Gelb. Bei 1 und 3 Gelb und Grün. Und wenn alle drei Tasten gleichzeitig gedrückt sind, leuchtet wieder Rot. Gerade für Anfänger wird es schwierig, hier gleich den Programmcode hinzuschreiben. Wie man das mit Standard-Logik-Gattern erledigt, haben wir ausführlich in den fünf Teilen zu TTL und CMOS besprochen. Wir wollen das aber jetzt mit einem universellen Mikrocontroller über die Software lösen. Am Anfang konfigurieren wir wie immer die Anschlüsse am Arduino und wir definieren Variablen und Anfangswerte. Jetzt müssen wir nacheinander den Tastenstatus abfragen und darauf reagieren. Fangen wir mit Taste 1 an. Hier verzweigt sich das Programm das erste Mal. Entweder sie ist gedrückt oder nicht. Falls nicht, fragen wir Taste 2 ab. Ist die gedrückt, soll die grüne LED leuchten. Dass sie zusammen mit 1 gedrückt ist, haben wir ja schon ausgeschlossen. Damit haben wir diese Zeile in der Tabelle erledigt. Wenn Taste 2 auch nicht gedrückt ist, sehen wir uns Taste 3 an. Ist die gedrückt, sollen Rot und Grün leuchten. Falls nicht, ist keine Taste gedrückt und alle LEDs bleiben aus. Kümmern wir uns um den nächsten Zweig. Taste 1 ist gedrückt. Jetzt muss zusätzlich wieder 2 abgefragt werden. Ist die nicht gedrückt, hängt das Ergebnis von Taste 3 ab. Sollte die Abfrage negativ sein. Ist nur Taste 1 gedrückt und das bedeutet Rot leuchtet. Ist Taste 3 zusätzlich gedrückt, leuchten Grün und Gelb. Gehen wir wieder an die obere Verzweigung. Taste 1 und 2 sind gedrückt. Wenn jetzt auch noch Taste 3 dazu kommt, soll Rot leuchten. Sind nur 1 und 2 gedrückt, dann Gelb. Nun geht die Schleife zurück an die Stelle, wo die Variablen wieder zurückgesetzt werden und die Abfrage erneut beginnt. Jetzt haben wir einen Überblick, wie das Programm ablaufen muss. Wir müssen nur noch den Ablaufplan in Programmcode umsetzen. Aber das machen wir dann erst morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye.